Hallo? Jens! Ja, was geht ab, Mann? Wo bist du? Ja, Hauptbahnhof, äh, Rewe. Scheiß Penne! Ja, was denn? Spasti! Was denn? Ich steh hier vor deiner Haustür! Ja, na und, Alter? Was soll ich jetzt machen? Ich sollte hierher kommen, oder nicht? Der Brian hat mich angerufen und hat gesagt, ich sollte hinkommen. Ja, kein Plan! Was willst du jetzt machen? Nee! Keine Ahnung, Mann! Aber ich muss doch jetzt einfach... Was soll ich denn machen? Soll ich nach Hause gehen, oder was? Ja, Georg, komm zu Gino, ich geh da auch hin. Ja, ja. Wo wohnt der nochmal? Wie komm ich da nochmal hin? Ja, Hauptbahnhof da. Achso, da... Da hinten, da. Die Videothek? Ja. Ja, stimmt. Ja, wenn ich dich finde, ruf ich nochmal an. Ja. Aber geh dran! Alter, ja! Ja, bis dann. Tschüss!